Ja Das ging doch mal super Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von Monster Hunter World Ich möchte euch heute einen kleinen Eindruck von dem Spiel vermitteln Kurz gesagt, in dem Spiel geht es darum, man spielt hier so einen Jäger Geht auf die Jagd nach großen Monstern Erledigt sie Schnappt sich deren Hörner, Knochen, Leder und alles mögliche Und bastelt sich daraus neue Rüstung und neue Waffen Und geht damit auf neue Jagd Verpackt ist das alles in einer Story Die eigentlich auch hier zumindest schön vertont ist Und um euch das zu zeigen, möchte ich jetzt hier mal eine Quest machen Dazu suche ich mir mal eine raus Er jage zwei Großjagras Einer wäre mir zwar lieber, aber zwei sind auch okay Um euch das ungestört zu zeigen, mache ich das mal alleine hier Ich könnte ansonsten jetzt noch nach drei anderen Leuten suchen Aber ich mache das mal alleine So, jetzt habe ich die Quest akzeptiert Jetzt muss ich noch kurz warten, bis sie geladen wird Keine Ahnung warum Aber in der Zeit kann man sich hier noch so ein bisschen umgucken Das ist quasi das Hauptquartier Von wo aus man immer startet Mit Händlern, Schmieden Eine Kantine, wo man essen gehen kann Das könnte ich eigentlich auch mal eben kurz machen Bevor ich die Mission aufbreche Ich finde das immer ganz cool Generell muss ich sagen, gefällt mir das Spiel bisher echt gut Ich habe bisher, weiß nicht, acht Stunden oder was gespielt Bin eigentlich noch im Anfangsgebiet Bin auch kein Monster Hunter Veteran Ich habe zwar mal eins auf dem 3DS angespielt Aber das hat mich nicht gepackt Da bin ich nicht dran geblieben In erster Linie, weil ich gesagt habe Das ist ein Spiel für die große Konsole Jetzt ist es auf der Playstation 4 Habe ich sie mir geholt Und bisher macht es echt Laune So, um mich zu stärken Lass ich mich nochmal bekochen Von diesen kleinen Katzen Das scheint so eine Rasse zu sein Die es wohl schon in den vorigen Monster Hunter Teilen gab Hat auch einen kleinen Begleiter Den man sich selber customisen kann am Anfang So, jetzt wird rein gehauen Diese ganzen kleinen Details Die machen das Spiel schon echt liebenswert So, alles klar Ich bin gestärkt Auf geht's Auf die Quest Großjahrgras habe ich schon mal gejagt Das sind so Echsenartige Viecher Und das läuft jetzt im Prinzip so ab Ich gehe auf die Suche nach Spuren Von diesen Monstern Dann verfolge ich sie Werde sie bekämpfen So lange bis sie irgendwann wieder die Flucht antreten Dann muss ich nochmal entweder sie direkt jagen Oder nochmal die Spur aufnehmen Und da ich jetzt zwei machen muss Gleich zwei von diesen riesigen Viechern Möchte ich nicht groß Zeit verlieren So, das ist hier das Lager wo es los geht In der Truhe holt man sich am Anfang noch so ein paar Geschränkte Gegenstände ab Und dann geht's los Ab in die Wildnis Diese grünen Lichter Die zeigen mir immer mal so interessante Sachen an Zum Beispiel hier sehen wir schon mal die ersten Fußspuren Von Großjahrgras Da ich den schon mal gejagt habe Weiß ich, dass das seine Spuren sind Ansonsten könnte es auch sein Wenn ich ein neues Monster, das ich noch nie gejagt habe Was dann da erstmal Fragezeichen stehen Hier das Kraut nehmen wir noch mit Da kann man Heiltränke draussen machen Noch mehr Fußspuren Wenn ich genug Fußspuren gesammelt habe Dann zack, sagt er mir, wo lang Genau in dem Moment passiert ist Das ist doch wunderbar Perfektes Timing Da muss ich lang Ich könnte mich jetzt hier noch 50 Minuten lang In der Mission austoben Jede Mission hatte bisher ein Zeitlimit von 50 Minuten Auch da ist er schon Hier den Honig möchte ich noch haben Wovor es losgeht So, alles klar So Ich kann leider noch keine Großartigen Fallen bauen und sowas Das könnte ich denen jetzt in eine Falle locken Oder beruhigen oder vergiften Aber So weit bin ich noch nicht Deswegen ist am Anfang meine Taktik noch einfach Drauf los Was läufst du von mir weg? Bist du auch normalerweise nicht so der ängstliche Typ Komm doch mal her Lock mich nicht zu deinen Kollegen Das fände ich nicht so Ey, bleib doch hier Oh, 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 oh Alles klar Ich halte mich da erstmal raus Sowas passiert in dem Spiel schon mal Dass zwei von diesen riesigen Viechern aufeinandertreffen Weiß dann auch ehrlich gesagt Nie so genau, was ich machen soll Oh Gott Der nimmt den ja richtig auseinander Hallo, ich brauche den für meine Quest Lass den bitte noch ganz Oh Gott Also ich glaube Ich weiß, wer in diesem Kampf die Oberhand hat Auch guck mal, da unten sind schon die anderen Die warten auf mich hier Die Kinder ist von dem Ja, was soll ich mich da jetzt einmischen? Nicht Weißt du was? Ihr regelt das da oben erstmal Und ich kümmere mich hier unten mal um die Kleinen Auf geht's Oh, oh Alles klar Er ist unten Gehe ich hoch Hat er den jetzt noch leben lassen? Guck mal hier hat er Haben die ein paar Sachen verloren Oh, der hat dem Großen was abgewissen Was war das? Eine Träne Okay Und von ihm Auch Hier, was willst du? Jetzt Ärger Ach Den kann ich nicht angreifen Weil hier mein kleiner Helfer Der Bobby Der hat jetzt irgendwann Bei einer Quest Hat er die Sprache von diesem Jagras gelernt Und den hat er jetzt quasi angeworben So, na gut Dann weiter die Fußspuren Ne, dem seine Fußspuren will ich nicht Ich suche die Fußspuren Von dem Großjagra Aber ich finde hier gerade Nur Spuren von dem Kannst du nicht Kannst du nicht die Witterung von deiner Mama aufnehmen? Obwohl eigentlich sagen wir hier schon Diese Käfer, wo ich lang muss Ich kann auch einen Blick auf die Karte werfen Großjagra Da ist er Gar nicht weit weg Da Ich glaube da ist auch das Nest von dem Irgendwo hier drin Aha Da sind noch Ja, da ist er Und da sind noch ein paar Kinders von ihm Egal Der will sich hier nämlich erholen Das werde ich nicht zulassen Jihah Das ist immer schön, wenn das klappt Kann man ihm auf den Kopf springen Oder auf den Rücken Kannst du rennen, so viel du willst Mich wirst du so schnell nicht los Ah, der versucht mich da am Baum abzuschälen Muss ich dem auf den Rücken klettern In dem Moment Ah ja, ah ja Jetzt kann ich den Wirbelangriff machen Wenn ich ihm genug Schaden am Rücken zugefügt habe Dann kommt so ein Ja, nicht Finisher Aber der betäubt ihn dann erstmal Und dann kann ich den hier am Boden noch ein bisschen behaken Das Schöne ist, dass er aus seinem Nest rausgerannt ist Das heißt, seine Kinder nerven auch nicht Oh, jetzt kommen da noch ein paar zur Hilfe Jawohl, Nummer 1 ist erledigt Sehr schön Dann können wir den auseinander nehmen Gucken, was wir so an tollen Materialien bekommen Aus diesem Viech Oder zumindest aus anderen Großjagras Die ich vorher erlegt habe Habe ich auch meine jetzige Rüstung Gefertigt Deswegen brauche ich von denen eigentlich nicht mehr so viel In dem Sozium mit Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man hier vielleicht auch Sachen verkaufen Also lukrativ verkaufen kann Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich mit meinem Geld alles machen kann Schon finde ich relativ viel angehäuft Und weiß noch nicht, was ich damit machen kann So, da ich 2 erlegen muss Heißt das, hier gibt es irgendwo noch einen zweiten Oh, da nehme ich noch ein bisschen Erz mit Klung, klung, klung Der Kater wird mir noch nicht angezeigt Ne, da habe ich bisher nur den Anjad Und der zweite Großjagra ist Wissen wir nicht Muss man mal suchen Ich glaube, ich würde dann Vielleicht ein bisschen Richtung Norden gehen Und den da zu suchen Wenn ich allerdings keine Fußspuren finde, dann wird der hier auch nirgendwo sein Naja, das ist ja der falsche Das ist dieser große T-Rex, den wir da gerade gesehen haben Den möchte ich ja nun nicht nochmal begegnen Weil der, den habe ich bisher noch nie Also ich habe schon mal gegen den gekämpft Habe dann aber Es wieder sein gelassen, weil ich zu schwach war Und ich glaube, das ist so Sozusagen der Endboss von dem Anfangsgebiet hier Ich habe jetzt von der Story her Bereitet sich so dieses Lager so langsam auf den Kampf gegen diesen T-Rex vor Und dann muss ich noch, glaube ich, ein paar Vorbereitungsmissionen machen Ich finde ich bald mal ein paar Spuren von dem zweiten Das ist schon nicht schlecht Das gefällt mir schon gut Ist rauf und runter und so Aber ich glaube, hier wo ich jetzt bin Ist kein Großjagra Gehe ich nochmal hier auf diese große Lichtung Gucken, ob sich hier was findet Ich glaube, wenn ich weiter nach Osten gehe Bleibt es noch weiter so offen Oh, guck mal, die kleinen Viecher da Da wollte ich nämlich ganz gerne immer mal Gucken, ob ich das schaffe, mir so einen für zu Hause zu fangen Nein, 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 bleib hier Bleib hier Ja, ich habe ihn Jawohl, ein Schäferhase Juhu, ich will zu Hause, den kriege ich zu Hause bei mir In der Bude kann ich den freilassen Und dann ist das mein Haustier Kurz meine Waffe ein bisschen schärfen Gerade ein bisschen gelitten bei dem Kampf Das ist der Nachteil bei den Klingenwaffen in dem Spiel Die muss man schärfen Ich muss auch dazu sagen, dass ich angefangen habe mit dieser Insektengläfe Die Klebe, die ich gerade benutze Und habe auch bisher noch keine andere Waffe ausprobiert Es gibt, glaube ich, irgendwie 12 oder 14 verschiedene Waffen Was ist das da? Auf jeden Fall etwas, mit dem ich mich, glaube ich, noch nicht anlegen möchte Oh nein, ach, das ist er Nichts hier weg hier Vor diesen Monstern zu fliehen ist eigentlich relativ Anfang Zumindest am Anfang noch Das sind nicht die Monster, die ich suche Ich kann jetzt wieder essen Es ist vielleicht nicht verkehrt, mal eine Kleinigkeit kurz zu essen Um meine Ausdauerwahl wieder Auf ein Maximum zu bringen Tja Der zweite Großjagra Wo könnte der sich rumtreiben Normalerweise sind die eigentlich so Haben die ihr Nest immer an den gleichen Orten Das ist auch schon das Problem Ich kannte nur das eine Nest von dem Das ist das falsche Monster Das sind alles Alles nicht die richtigen Spuren Da sind noch Jahrgras Hört mal zu, Leute Habt ihr noch ein Habt ihr noch ein Papi oder eine Mami? Fügt mich mal zu, ja Ja, da wo die jetzt hingerannt sind Da hier lang ist normalerweise das Nest Und da war ich ja auch eben Das kann auch nicht sein, dass ich die Karte neu laden muss Damit der neu kommt Wenn die sagen, ich muss zwei Jahre Großjagras Das platt machen Die mich hier in die Karte werfen Dann gehe ich auch mal davon aus, dass hier zwei Großjagras sind Was läuft da? Das ist schon wieder der falsche So, ich bin hier lang gelaufen War nix Bin ich hier rumgelaufen War nix Bin ich jetzt einfach mal dahin Zockmarker gesetzt Oh, guck euch dieses Abendrot an Das ist nicht herrlich So, wo lang? Dana? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen wo die hinten Atta leuchten gehen Kleines Insektenknappat Gibt mir wieder Ausdauer So Hier habe ich den Marker gesetzt Aber Keine Spur von einem Großjagra Gehe ich mal weiter Richtung Norden Vielleicht gibt es hier sogar auch schon Auch noch Gebiete von der Karte, die ich noch gar nicht entdeckt habe Hier eine komische Schweine Hier eine komische Schweine Sieht wunderschön aus hier teilweise Giftkelch Hab ich noch nie gesehen Alles klar, jetzt weiß ich was das macht Spurenbausch Also hier war ich wirklich noch nicht Deswegen ist das gerade mal alles Relativ interessant Aber ich finde leider auch keine Spuren Von dem Großjagra Ich habe eher das Gefühl, dass ich mich dem Nest von diesem T-Rex nähere Da, da, Großjagra Spuren Wir haben sie Leute, wir haben sie Diesen Spuren müssen wir folgen Ah, da haben wir ja ein paar Jagras Die sich versteckt haben Könnte schreien, soviel du wollt Der haut schon mal ab Ach, da haben wir doch Die dicke Die haben wir gesucht Oh Ja Die Kinders hauen schon ab Und zum Mami Bleib doch mal hier Hast du nicht gemerkt, dass ich gerade dabei bin Eine Familie abzuschlachten Das hat wir nicht gemerkt, dass ich eine Bedrohung bin Nämlich gefälligste Ach guck mal, der geht hier zu dem Nest Von diesem Vogel Also normalerweise war hier das Nest Kann ich mich daran erinnern, dass das so spiralförmisch hochkommt Oder ist das jetzt ein Was macht der hier? Naja gut Genug geguckt Zack Ab geht's Du stehst auf meiner Liste Nähne dich nicht ab von mir Jawai Hab mich schon auf den Kopf gelandet Jihaa Rodeo Ab durch die Höhle Ja Tut weh, ne? Immer wieder ins Auge Jetzt kommt der Wirbelangriff Mein Kater hält auch fleißig mit Mach doch immer einen Unterschied, wo man die Tiere trifft Kann ihn zum Beispiel auch Den Schwanz abschlagen Oder Zack Das war's Oder Beispielsweise die Beine verwunden Das hat alles Vorteile So Jetzt habe ich 60 Sekunden Zeit Noch so viel Aus dem Nein Falsch Knopf Falsch Knopf Aus dem rauszuschneiden ganze Beute sozusagen Eine Klaue Lederhaut Nochmal Lederhaut Was war da? Achso Ich dachte, ich stehe wohl noch jemand ärger Nehmen wir auch die Stechkapsel mit Bitterkäfer Okay, nehmen wir auch mit Gut Alles klar Das war quasi Ein kurzer Einblick in Monster Hunter World Ich hoffe, euch hat's gefallen Mir gefällt das Spiel sehr gut Ich denke, Multiplayer macht das noch mehr Spaß Äh, ja Mehr werde ich euch wahrscheinlich von dem Spiel nicht zeigen Vielleicht später nochmal irgendwann ein Video, wenn ich weiter bin Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen Und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei Tschüss ZD ZD